hallo und herzlich willkommen zu dieser wieder unserer letzten mod vorstellung mit mir andersherum so ähm jetzt gerade bei fubbenmods äh mod kann man die ballen äh 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 so den internet schaut vor er steht momentan beim kapazität kommen hier bei k äh bei k und x natürlich ändern 1500 2000 4000 8000 10.000 so du hast kein ups ups so was ist jetzt 1500 wahrscheinlich groß der bein da ist sind fast kaum gefahren bogen wolle können wir in die kommentare schreiben ob ihr schon mal auf baumwolle gemacht habt weil ich müsste jetzt nicht dann doch einmal in der mission zwei mal drei mal das hab ich schon mal gemacht so ich würde jetzt echt interessieren ob das jetzt nur auf die wie viel da drin ist oder auch auf die größe geht so leute ich bin erst vor 20 minuten ist was aufgestanden ach oh heute ist wieder samstag dann muss ich ja die mod vorstellung aufnehmen ja also was war denn das gestellt 1000 500 oder nicht achso 1500 ok 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 so dann einmal einmal herrum einmal herrum einmal herrum klaus das war sehr gut nein doch so und abladen ok die größte ist davon also gleich gut zu wissen dann ja genau ich hoffe so dass da ja auch eigentlich alles mögliche stehen kann dann holen wir uns mal kurz den kompaktlader mitnehmen und holen uns den kompaktlader und holen uns den kompaktlader so so wieder heiß bei dir in der schwierigkeit aber naja so zack wahrscheinlich geht nicht doch passt 1500 aber wenn es nicht so gut ist für den kompaktlader aber ich 1500 ok ah leute ich würde sagen das war's mit die Smart-Vorstellung mir ist wahrscheinlich gefallen dass die neunischen da wir sehen uns beim nächsten Mal auch da einen schönen Tag noch und tschau